Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Anno. Wir haben gerade ein bisschen Schiss, dass hier dieser Tornado auf unsere Insel kommt. Oder auf diese Insel kommt. Oder auf Diesel. Oder auf Diesel. Oder auf andere von unseren 100.000. Nee, Spaß. Ja, wir sind nur zwei. Weißt du, vor allem wenn er da ist, kann man nichts vernünftig machen, ne? Ich würde ja normalerweise jetzt hier weiterbauen, Teigwarenproduktion oder so. Ja. Aber ich habe einfach Schiss, dass der jetzt kommt. Hab ich schon. Hab ich schon. Aber er ist wieder weiter weg, ne? Ja, der Eiertier halt irgendwie rum. Der kann sich nicht entscheiden. Die globale Ökobilanz ist übrigens minus 1156. Weil wir mega viele Inseln auszulernen. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. Mach ich. Ein Raser? Raser gefunden. Ich bin zu mir mit ihm. Weil er so schnell ist, aber egal. Komm. Komm. Alter, wie viele Aufträge hast du? Wieso? Schau, meine... ...Eko-Leute sind schon ausgestorben. Ja, ich habe halt schon einige Aufträge. Ja, die sind schon sehr skruin. Die freuen uns schon. Ach wann, dieser blöde Tornado hielt auf die Eier. Die kriegen keine Nahrung mehr. Ha, ha. Erwirtschaften, die 10.000... ...Geld durchhandeln. Ja, ich weiß. Was bringt mir das jetzt? Achtung, Produktionsstillstand. Richtig, gar nichts. Auf der Hinsicht gibt es einfach mal gar nichts. Wie knapp wir einfach vor diesem Ding sind, ne? Ich guck mir das gar nicht mehr an. Dieses Elend. Zum Glück haben wir komplette Baukostenrückerstattung. Denn dann. Kann ich ein bisschen was bauen. Ich habe dir da eine Überwachungsstation reingewallert. Hast du gesehen? Benötigt Rohstoffvorkommen. Ja, was denn hier? Ja, ist doch schon da. Hey, was? Ich habe dich da hingewallert. Ja, du warst schneller als ich. Du hast fast erreicht. Ja, vielleicht... Ja, wir schaffen das vielleicht noch. Und dann gehe ich auch auf, weil ich muss morgen arbeiten und ich habe gerade voll die Zeit vergessen. In 20 Minuten gehe ich ins Bett und ich wollte eigentlich nur was zu Abend essen. Um 20 Uhr. Ja. Ermittle Zielvorgabe. Um die Folge, die ermittelt global. Jetzt auf 1.8 Uhr. Ey, wir haben 20 von 9, ne? Hey, Erik. Das Ding ist... Wir haben 23 von 9. Das Ding ist... Auf der Hitze. So gut wie... Jo. Egal, wir haben einen Punkt geholt. Reicht. Das Ding ist... Alter, koch wie viel Geld wir haben, aber es bringt uns einfach nichts. Wir machen einfach alles kaputt jetzt. Das Ding ist auf der Insel. Ich wochenende... ...kab frei. Endlich kriege ich meine EU-Kobilanz auf meiner Auge. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Bevor der da alles kaputt macht. Was? Der Vorstand wird... Was für ein Schiff hast du? 80, ich habe ein neues Schiff gebaut. Wie der einfach über nichts davon drübergerast wäre gerade. Ja, aber man weiß ja nicht. Wie das aussieht. Du mal ran. Oder drück. F1. F1? F1. Oh, das sieht nice aus. Ich bin ja eigentlich mal... Ich bin hoch. Hm. Ich weiß nicht, ich kann das schon hoch. Wie lange der rumeiert, ne? Ja, wie viel Holz da jetzt im halben Meer liegt. Da macht sich halt noch irgendwas kaputt, oder? Ja. Nein. Ich kümmere mich drauf. Nein, ich kümmere mich drauf. Hast du noch keinen Schiff gebaut? Nein, hab ich nicht. Ich verstehe mich. Ja, ja. Toll. Also hat gerade mein... Fast mein Schiff geschrottet. Yo. Guckst du dir noch zu? Ja. Die Tornade. Du hättest fast den... ...den Talgwarenfabrik hier rausgehauen. Aus dem... ...Einschussbereich. Ja, ich hab aber extra hinten noch eins. Ja. Ah, das rückt mal ab. Oh. Mein einziges Schiff verloren. Nein! Nein! Es ist noch. Der zieht rüber. Ah, jetzt zieht er wieder zurück. Der zieht die ganze Zeit nicht hier. Es ist halt ein Tornade. Ja, echt ist das nicht so krank. Ja, echt zieht er einfach eine Linie. Eiert da vielleicht ein bisschen. Hier, macht er Kreise. Oh. Hast du was schon abgerissen? Nee, hab ich nicht. Okay. Echt? Nein. Ich dachte, er wäre noch nicht so nah, dass das kaputt geht. Ich sag, trau dich. Ich hab aber kein Getreide. Egal, machen wir neu. Ach doch, ja. Ich hab doch Getreide. Ich hab auch Getreide. Wie das aussieht mit dem Werk. Ja. Ein Glasstück. Hast du die solchen Gefahr jetzt eingedämmt, oder? Ja, ja. Okay. Ich hab schon jetzt ein Krankenhaus gebaut. Alles klar. So, das war's von Tornado in Arno. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nicht so gefallen. Der zerstört hier alles. Aber okay. Bis demnächst.